Velo-Geschichten, der Podcast. Hier ist Velo-Geschichten, der Podcast. Willkommen zurück zur zweitletzten Episode der ersten Staffel. Mein Name ist Hannes Munzinger und ich bin Veloa und Host dieses Podcasts. Ich grüsse Sie und grüsse Euch. Heute feiern wir die Erfindung des Reflektors. Jenem genialen Ding, welches das Licht genau in die Richtung zurückwirft, in die er es auftrifft. Diese Geschichte führt uns zu den Anfängen mitten nach England vor 90 Jahren. Genauer nach Queensbury, West Yorkshire, im Jahre 1933. Am Anfang war das Katzenauge. Man erzählt sich, dass Mr. Percy Shaw sich an einem nebligen Abend von seinem Lieblingspub, dem Old Dolphin, auf den Heimweg machte. Er stieg in sein Auto und fuhr über die kurvige Highgate Road Richtung Halifax. Plötzlich erblickte er im Scheinwerferlicht eine Katze am Strasstrand. Wegen den leuchtenden Augen des Tieres brachte Shaw sein Auto zum Stillstand. Dabei realisierte er zwei Dinge. Er war auf die falsche Strassenseite geraten und ein paar Meter weiter wäre er von der Strasse abgekommen. Dieser Moment soll den Mann auf die Idee gebracht haben, dass Katzenaugen entlang der Strassen die Orientierung verbessern und die Sicherheit erhöhen könnten. Bereits 1934 meldete Shaw seine Erfindung zum Patent an. Noch heute werden seine Cat's Eyes in einem Vorort von Halifax hergestellt. Diese ganz ursprünglichen Reflektoren sieht man bei uns eher selten. Sie bestehen aus einem Kunststoffkörper mit polierter kugelförmiger Sammellinse und einem metallischen Rundspiegel. Die Linzenreflektoren werden paarweise in einem überrollbaren Gehäuse fest am Strassenboden verschraubt. Winkelreflektoren Spulen wir die Zeit vor bis zur Mitte der 50er Jahre, als der Landwirt Arvi Leti aus Finnland eine Spritzgussmaschine erwarb. Er begann damit, einfacher Haushaltwahn und auch Reflektoren für seine Pferdevorwerke herzustellen. Für seine Rückstrahle nutzte er das Prinzip des Triple Spiegels. Unzählige aneinandergereihte Würfel reflektieren das Licht. Je präziser die Spiegelflächen zueinander im Winkel von 90 Grad ausgerichtet sind, je genauer reflektiert das Licht in die Richtung der Lichtquelle. Später kamen Winkelreflektoren dazu, bei denen er Tetraider, das sind regelmässige Dreieckspyramiden, deren Flächen ebenfalls 90 Grad zueinander ausgerichtet sind, in den Kunststoff drückte. Noch verlustärmer reflektieren Dreiecksprismen. Sie finden Verwendung auf transparenten Kunststoffkörpern, welche vorne plan sind und auf dessen Rückseite sich unverspiegelte Tetraider aneinanderreihen. Ob Quadrate oder Dreiecke verwendet werden, ist von Auge meist schwer zu erkennen, zumal die Spiegelungen die räumliche Wahrnehmung stark täuschen. Beliebt und bekannt wurden die ursprünglichen nordischen Reflektoren als Anhänger in Form einer Schneeflocke für zu Fussgehende, die Arvisson patentieren liess. Bei Verkehrsschildern werden Folien mit kleinsten Mikroprismen in Dreiecksform verwendet. Da ideale Prismen theoretisch das ganze Licht in Einfallsrichtung zurückwerfen würden, haben Reflektoren im Strassenverkehr eine Streuung von etwa einem Winkelgrad. Reflektoren mit Mikrolinsen Ganz modern wird es in diesem Abschnitt, denn der jüngste Spross ist die flexible Reflektorbeschichtung auf Stoffen oder Folien. Diese findet man heute auf Sicherheitswesten genauso wie auf Sportbekleidung, Rucksäcken, Helmüberzügen, Taschen und als Aufkleber aller Art. Doch wie funktioniert das dünne Reflektormaterial? Wer kennt es nicht? Wenn man mit Fernlicht in den Nebel leuchtet, sieht man kaum mehr durch ihn hindurch. Denn die vielen mikroskopisch kleinen Wassertropfen wirken wie kugelförmige Mikrolinsen, die das Scheinwerferlicht reflektieren. Deshalb sind Nebelscheinwerfer möglichst weit ausserhalb unserer Blickrichtung angebracht, damit allfällige Reflektionen die Sicht nicht einschränken. Dieses optische Prinzip der Wasserkügelchen findet man auch auf dünnsten Reflektormaterialien. Mikroskopisch kleine, transparente Kunststoffkugeln fokussieren das Licht. Sie werfen es dank dem unterschiedlichen Brechungsindex von Luft und Kunststoff dem Einfallswinkel entgegen zurück, ganz ähnlich dem Katzenauge. Die Kugelform bewirkt jedoch eine leichte Lichtstreuung, was durchaus erwünscht ist. Zu exakte Reflektionen können nachts blenden. Und das wollen wir ja nicht. Conclusion Egal, welche Technologie sich hinter den Reflektoren versteckt, die Erfindung schützt am Velo angebracht vor dem Nicht-Gesehen-Werten. Grundsätzlich sind am Velo hinten rote, vorne weisse und an den Pedalen orange Reflektoren gesetzlich vorgeschrieben. Vielleicht finden manche ganze Jacken aus reflektierendem Material übertrieben. Meiner Meinung nach nicht. Denn je nach Situation macht eine reflektierende Silhouette den Unterschied aus zwischen unsichtbar und unübersehbar. Wie heisst es doch so schön? Sichtbarkeit schafft Sicherheit. Und bei Nacht und Nebel bitte nicht ohne Velolicht. Und damit sind wir auch schon fast am Ende dieser Episode angelangt. Der Mond mit seinen Reflektoren Selbst der Mond trägt ganz vorbildlich Reflektoren. Die Astronauten der Apollo-Missionen 11, 14 und 15 brachten auf der Mondoberfläche insgesamt fünf Linsenreflektoren an. Diese werden von astronomischen Observatorien regelmässig mit Laserlicht angestrahlt. Mit der Zeitmessung des vom Mond reflektierten Laserlichts lässt sich der genaue Abstand des Erdtrabanten bestimmen, wenn auch nur wenige Photonen der Lichtimpulse zur Erde zurückfinden. So fand man heraus, dass der Mond sich wegen der Gezeitenreibung jährlich ganze 38 Millimeter von der Erde entfernt. Haha, sowas verraten uns Reflektoren. Nur, ähm, bis der Mond uns endgültig verloren geht, wird es glücklicherweise noch einige Milliarden Jahre dauern. Tja, und damit sind wir schon da angelangt, wo ich normalerweise allen eine gute Fahrt wünsche, egal womit ihr unterwegs seid, euch bitte den Podcast zu abonnieren, zu liken und zu teilen, auf all unseren Kanälen zu kommentieren und so weiter und so fort. Irgendwie frustriert es, denn nach der nächsten Episode gehen wir bereits in die Winterpause. Es hat mir riesig Spass gemacht, für euch diese Velogeschichten aufzuzeichnen, auch wenn mir bewusst ist, wie vergleichsweise unbedeutend klein dieser Podcast ist. Dennoch hoffe ich sehr, den einen oder anderen Gedanken euch mitgegeben zu haben, welcher zur einen oder anderen Verhaltensänderung für mehr Sicherheit oder Nachhaltigkeit im Strassenverkehr führt. Ich wünsche euch allen eine besinnliche Adventszeit. und die, welche diesen Podcast erst im Sommer hören, tut mir leid, ihr müsst jetzt stark sein und einfach dadurch. Geniesst die Festtage, sammelt Momente mit euren Familien und guten Freunden, nehmt euch Zeit, versucht Stress zu vermeiden und seid gutmütig zu anderen Menschen. Denn wie man in den Wald hineinruft, ach, ihr kennt das schon. Habt's gut, blieb gesund und tschau zäme. Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachstelle Veloverkehr im Amt für Mobilität des Kantons Zürich. Mehr Infos zu uns mit allen relevanten Links findet ihr in unseren Shownotes.